Was meinst du mit genau? Okay, hier ist der Outmarsachensitz-Institut of Technology ziemlich weit entfernt von dir. Da! Das hatten wir doch schon gestern! Das hatten wir doch schon gestern, Frau... 2, 2, 3... Wie heißen Sie nochmal? Okay, hier ist der Outmarsachensitz-Institut of Technology ziemlich weit entfernt von dir.